Das klassische Strafrecht, also dort, wo es um Mord und Totschlag geht, um Raub, Unterpressung, Diebstahl und Betrug, das wird beherrscht vom Erfolgsdelikt. Das sind Straftatbestände, die erst dann greifen, wenn ein Erfolg eingetreten ist. Ein hübsches Wort übrigens für hässliche Folgen. Wenn ein Mensch getötet, beraubt, betrogen worden ist, dann ist das ja wohl ein Misserfolg für Moral und Recht. Aber wir nennen es rechtstechnisch eben Erfolgsdelikte. Die Staatsanwaltschaft reagiert also erst, wenn etwas passiert ist. So gesehen kommt Strafrecht immer zu spät. Es interessiert sich nicht für Kinder, die noch nicht in den Brunnen gefallen sind. Ist das Kind aber in den Brunnen gefallen, dann will man wissen, wer dafür verantwortlich ist oder ob es ein Zufall war. Daran glauben die Leute übrigens nicht, an den Zufall. Der verhängnisvolle sozialpsychologische Fehlschluss, es ist etwas passiert, folglich muss auch irgendwo einer schuld sein, der ist leider weit verbreitet. Immerhin diese Erfolgsdelikte haben den Vorteil, dass man ein manifestes Ereignis hat, bei dem man anknüpfen kann, um nach Schuldigen zu suchen. Nun ist das mit dieser Suche im Wirtschaftsstrafrecht so eine Sache. Sie verläuft nicht selten im Sande. Und dabei meine ich noch nicht mal den Sand, den irgendein geschickter Verteidiger ins Getriebe der Strafverfolgungsmaschine gestreut hat. Nehmen wir das klassische Wirtschaftsdelikt schlechthin den Betrug. Der Erfolg besteht hier in einem Vermögensschaden. Wann ist man geschädigt? Wenn man für sein gutes Geld nichts oder zu wenig bekommen hat. Das sagt sich leicht, aber wie rechnet sich das aus? Zum Beispiel bei einem riesigen Bauprojekt, sagen wir einem Großflughafen. Wenn dann die an der Ausschreibung beteiligten Firmen untereinander abgesprochen hatten, wer welche Aufträge bekommt. Und wenn sie sich diese Absprachen etwas haben kosten lassen. Der Auftraggeber, die öffentliche Hand also, wird sagen, der Schaden bestehe darin, dass einige die private Hand aufgehalten haben. Und dass ohne diese Zahlung von Schmiergeldern und Abstandssummen das Ganze billiger gekommen wäre. Die Baufirmen dagegen werden sagen, dass sie diese Zahlung als ihrem Gewinn bestritten hätten, der dadurch arg geschmälert worden sei. Stichwort Ausschreibungsbetrug. Ich komme darauf zurück. Ich möchte aber zunächst erst ein anderes Stichwort zum Schaden beim Betrug aufgreifen. Subventionsbetrug. Wo ist hier der Schaden? Eine Gegenleistung wird ja bei Subventionen nicht erwartet. Wer die Subvention vergeben hat, ist enttäuscht, wenn sie ihren Zweck nicht erreicht. Und darin allein kann der Schaden bestehen. Wann habe aber eine Investitionszulage, ein Aufbauprogramm Ost, irgendeine Subvention ihren Zweck erreicht und wann hat sie ihn verfehlt? Darüber kann man lange streiten. Und dann wird im Prozess der schließlich angeklagte Subventionsnehmer zwar zugeben, dass leider etwas schiefgelaufen sei, aber er wird umso energischer bestreiten, dass er jemals daran gedacht habe, jemanden zu schädigen. Der Gesetzgeber hat aus diesen Schwierigkeiten die einfachste denkbare Konsequenz gezogen. Wenn es so kompliziert ist, den Schaden zu bestimmen, noch schwieriger ihn vor Gericht festzustellen und nahezu aussichtslos dann auch noch den Schadensvorsatz zu beweisen, ja, dann muss man eben einen neuen Tatbestand schaffen, in dem das Merkmal des Schadens einfach nicht mehr vorkommt. So ist es geschehen. Zum Betrug gehört, dass der Täter erfolgreich täuscht, sodass sein Opfer sich irrt und deshalb zu seinem eigenen Schaden eine Vermögensdisposition trifft. Zum Betrug gehört, dass der Täter geschehen ist.